Ich esse Schokolade. Hallo Leute und wir essen Schokolade. Willkommen zu Build Battle. Nee, Master Builders. Master Builders, die Nachmache vom Build Battle, genau. Hallo Leute und wir essen Schokolade. Mhm. Okay. Rom hat gesagt, ich bin ein Gott in dem Spiel, das finde ich auch. Und jemand hat ein, heißt Squirrel 2000, hat einen Penis als Mund. Übrigens, ich habe herausgefunden, hier kann man eine Proper Tits Buildings reporten. Und das werde ich auch machen, wenn ich die Chance bekomme. Schreck. Alter. What the fuck? Ich muss mir dazu, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Ich gucke mir nur ein Bild. Ich mache das so behindert wie möglich. Oh. Oh. What the fuck? Hier sind so verstörende Bilder. Alles klar. Ich werde, wartet. Was ist... Jetzt habe ich... Was ist das da mit Kapu? Alles klar. Ich baue Schreck. Wenigstens kann man jetzt schöne MLGs ins Thumbnail packen. Wir bauen Schreck. Ich rede immer zu viel über das Thumbnail, aber... Aber es ist doch wirklich... Was hat der für eine Hose? Ich weiß es nicht. Ich baue einfach nur den Kopf. Hallo Handy. Hi. Es sieht eher aus wie ein Frosch, als wie ein Schreck. Ach, wie ein Schreck. So hässlich. Ach, wie ein Schreck. Ich weiß, was ich mache. Ich finde, er hat bei mir einfach keine Hose. Ich würde sagen, es sieht eher aus wie Meister Yoda, als wie Schreck. Als wie Schreck. Als wie Schreck. So. Ich glaube, ich werde verlieren. Oh Fabian. Ich glaube, das ist nicht gerade gut, was ich hier baue. Nein, es sieht irgendwie auch komisch aus. Naja. Er hat einen ziemlich dicken Kopf bei mir. Alles klar. Ich freue mich drauf, deinen zu sehen. Ich werde auf keinen Fall irgendeine gute Bewertung haben. Ich glaube, ich werde unter den Schlechtesten sein. Nein, sag sowas nicht. Das heißt aber, dass du gewinnen wirst. Glaube ich. Aber was will man bei Schreck bauen? Ich wette, es bauen wieder welche Pixel Arts oder so. Oh, ich hasse Pixel Arts. Pixel Arts sind scheiße. Aber es gibt hier auf Dings, auf Meinplex, die Kategorie Pixel Arts zu bauen. Ja, dann ist es okay, Pixel Arts zu bauen. Aber ansonsten nicht. Ich finde es auch immer wunderschön, wenn Menschen einfach irgendwas bauen. Und gar nicht beachten, was das Thema ist. Diese Hand. Es könnte vom Mars kommen. Bei mir auch. Alter, ist das hässlich. Alter. Ich habe nie was Schöneres gebaut. Ich versuche hier gerade seine tollen Rohrohrern zu bauen, aber... Ich würde sagen, Schreck ist was anderes. Max, wieso nervst du immer? Ich nehme gerade auf, du Hurensohn. Nein, verpiss dich. Wie mein Bruder mich immer nervt. Ich hasse es. Ich hasse meinen Bruder. Ich muss es irgendwie auch machen. Er sieht einfach aus. Einfach so, kriegt er es aus. Oh, oh, ich weiß. Ich habe nur nicht mal mit dem Gesicht angefangen. Scheiße. Mein Schreck ist wunderschön. Meiner ist noch wunderschön. Ich habe eine gute Idee und die werde ich jetzt umsetzen. Oh fuck, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja gut. Sagen wir aber nicht, wenn... Wir sagen nicht, welches unsere sind, ja? Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wo man das Lilliped findet. Bei Decoration, aber hier ist es irgendwo... Ach, da hinten. Okay. Diese Ohren, ey. Die Ohren sehen bei mir aus, wie gesagt. Du wirst meinen Schreck wahrscheinlich erkennen, weil es ist unverwechselbar hässlich. Vielleicht gewinne ich... Alter. Es sieht eigentlich ganz gut aus, aber es sieht gar nicht aus wie Schreck. Weil es sieht überhaupt nicht aus wie Schreck. Meins auch nicht, aber es sieht ganz in Ordnung aus, aber es sieht nicht aus wie Schreck. Genau. Egal, das ist... Mann, ich wette, ich gewinne eh nicht, aber... Wie ist es gewinnt, ein Pixel hat? Wenn ein Pixel hat, gewinnt, dann... Wir bauten den Pixel-Arts runter, okay. Ja, ist echt so. Pixel-Arts kriegen immer eine... Frohcolade-Wöhniger. Der ist nicht mal so schlecht, aber er ist aus Wolle, deswegen gibt das Minuspunkte. Das ist auch so eine von meinen Regeln. Es sieht wenigstens aus wie Schreck. Außerdem zeigt er einen Daumen nach unten, also möchte er nochmal eine Note runter haben. Es sieht wenigstens aus wie Schreck. Das war vom Penismann. Es sieht eher aus wie eine Blut-, wie eine Zombie-Maus. Vor allem, was steht hier? Schrekkrrr. Ey, vor allem dieser Typ Squirrel-Ril hat Squirrel-Ril einfach falsch gespielt. Schrekkrrr. Okay. Was ist das? Was ist das? Auch aus wie so ein Hirn, wie so ein Marsmännchen. Meine Augen, Kerbe. Was ist das? Ist das eine Lampe? Ich glaube, ich bewerte sie zu streng, aber ist mir egal. Ich habe ein Mac gegeben. Der hat die Farben vertauscht. Das sieht auch aus wie Yoda oder so. Die Macht ist okay in ihm. Ach man, das ist wunderbar. Game-Gespack. Spack. Also wie einfach nur Deutsch hier spielen. Was? Das ist deins. Das ist Prinzessin Laia. Warum so viele Star Wars-Schrecken? Das ist echt so. Die Ohren. Was? Was hat sich da für Klamotten an? Mann. Ich wollte ihm eigentlich ein Okay geben, aber dann habe ich die Klamotten gesehen und dachte mir nur... Was ist das? Oh, ich habe Ultra. Oh. War klar, dass Edgar Elch verliert. Was war das? Alter, was ist das? Okay, jetzt habe ich doch das Gefühl, dass ich gewinnen werde. Das sieht aus wie so ein Kuchen. Hier rubriert. Also der gerade angefangen hat zu schimmeln. Ein lebendiger Kuchen. Alles klar. Er ist dort drin. Ich kann ihn nicht sehen. Er ist dort drin. Ich glaube, ich... Wo? Ich kann ihn sehen. Das war sogar besser als die anderen bis jetzt. Ich habe ihm die beste Bewertung gegeben. Alles klar. Was? Okay, es trinkt... Es ist meins. Ich trinkt von mir... Ja, ich weiß nicht. Okay. Es ist in Ordnung. Meins sollte auch bald kommen. Alter. Das ist deins. Ja. Diese Ohren. Ja. Schau mal, was hier hinten steht. Ja, das stimmt sogar. Stay out of my storm stimmt sogar. Hat doch Ähnlichkeit mit einem Fernseher. Ein grüner. Wieso? Was? Ich habe 96... Wie kann dieses... WG... Naps... Naps... Ich war wenigstens Vierter. Okay, noch eine Runde. Okay, noch eine Runde. Alter, Schrecke. Das ist voll das Scheiß-Thema. Ja. Schokolade. Meins war am besten. Oder warte, welcher Platz warst du? Welcher Platz warst du? Keine Ahnung, ich war nicht schlecht. Ich war Vierter, das ist ganz in Ordnung. Okay. Ich glaube, ich war Sechter oder so. Okay, komm schon, bitte was für das Panzer oder so. Deutschland. Das ist auch gut. Das kann ich sogar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ein Train zu bauen ist relativ easy, wenn man weiß, wie es geht und so. Ich glaube, ich baue ihn so, dass die Menschen da drin spawnen. Du kannst nicht bestimmen, wo die spawnen. Die spawnen immer da, an derselben Stelle. Okay. Dann müssen wir das ganze Ding bauen. You failed. So. Alles klar. Ich mag es, dass da Ultra vor meinem Namen steht. Das macht mich hervorstechend. Leute nehmen mich ernster, weil sie denken, ich habe Geld für etwas Unnötiges bezahlt. Mhm. In Wahrheit habe ich es einfach gewonnen. Bei einer Mythical Chest. Train kann ich sogar einigermaßen gut. Ich habe nicht mal mit dem Zug angefangen. Ich auch noch nicht. Aber ich bin dabei. So, jetzt fange ich mit dem Zug an. Tut, tut. Wie viele Räder haben Züge? Ich mache mal sechs Stück. Funktioniert Redstone? Ich glaube nicht. Aber ich sehe oft, welche TNT-Kanonen bauen und dann funktioniert es nicht. Und dann ist es lustig. Oh, ich habe eine gute Idee. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass da so viele schlechte Schrecks waren. Ich konnte nicht richtig kommentieren oder so, weil ich konnte es nicht ernst nehmen. Too much, Schreck. Too beautiful for me. Look at me. Mein Train ist so toll. Ich glaube, ich kann noch was raushauen. Oh, ich habe eine sehr gute Idee. Fuck, wir haben noch voll wenig Zeit. Oh, ja, das sieht sehr cool aus. Nice. Ich würde sagen, es sieht in Ordnung aus. Ich habe schon schlechtere Dinge gesehen. Und wir werden auch schlechtere Dinge sehen. Ah ja. Ich bin gerade voll konzentriert, damit ich das noch schaffe. Ah, komm. Meins macht irgendwie wenig Sinn, aber ist mir egal. Meins ist irgendwie schön. Aber nur ein bisschen. Also, es ist nicht zu schön. Aber es wird wahrscheinlich... Oh, fuck. Egal. Ich lasse es jetzt einfach hier. Oh. Oh, noch eine Minute. Ich muss mich jetzt ein kleines bisschen beeilen. So. Ah, das sieht cool aus. Mein Train ist schön. Meiner geht so. Hey, der ist echt ganz nice. Obwohl, naja. Ich habe nichts gesagt. Hm. Ja. Ich bin nicht zufrieden. Na doch, es ist schon in Ordnung. Ich denke, Applestream und Xenian haben das beste zu hier. Krass. Schade. Schade. So. Das gefällt mir. Lol, true. Wenigstens sehen sie es. Ein Squirrel. Oh, ich weiß, was du meinst. Der hat das U einfach vergessen. Und es ist ein Penis. Ein Schlitten. Ein, 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 nicht jugendfrei. Naja. Es sieht eher aus wie ein Schlitten oder so, als wie ein Zug. Ist eigentlich okay. Wie ein Kopter. Ja, ich hab's ja alles. Nee, ein Kopter sieht anders aus. What the fuck. Okay, das hat tatsächlich ein Eismarbleeding. Hä? Das ist so eine Mischung aus Strohhalm, Gesicht und Toilette. Was ist das? Es schwebt über den Schienen. Das ist die Zukunft. Die schwarzen Fenster sind besonders toll. Oh. Ich hab mich mal gevotet und trotzdem failungen. Failungen. Nell. Es ist... Das ist deins, sag ich. Macht's besser aus. Ich geb ein Okay, weil... Die Idee ist cool. Ja, wäre es fertig geworden, wäre es wahrscheinlich sogar noch ein Good gewesen. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Raumschiff. Ja, aber für den Teil ist das hier zu wenig. Sieht auch aus wie ein Raumschiff. Hey, das sieht irgendwie gut aus, obwohl es voll billig ist. Hey, das sieht echt gut aus. Hä, das ist überhaupt nicht billig, das ist voll cool. Ich geb ein Amazing. Finde ich auch. Das ist richtig cool. Lol. Was ist aus billigen Materialien? Wie ist das aus billigen Materialien? Ja, Cobblestone, Stone. Ja, ich wusste nicht, wie ich's... Ich nehm's zurück. Amazing war gerechtfertigt. Ich hab schon fast ein Gut gegeben, hab's versehen. Weil ich zu überfordert war. Du wärst in der Hölle gelandet, hättest du das getan. Alter. Okay, das ist jetzt deins. Du hast recht, das ist wirklich meins. Aber ich find's gar nicht mal so schlecht. Der zu ganz vorne ist kacke, aber... Ich mag die Waggons. Die Waggons. Ich bin einig... Du beschäftigst dich bei mir über billige Materialien und baust du alles aus rotem Kleing. Ja, aber guck doch mal, ich hab Rauch und so. Was hast du gegeben? Ich weiß, dass... Ich hab deinem ein gut Ding gegeben. Ja, war klar. Lol. Gigi. Ich mag meins. Ich find das... Ich find das echt voll cool, meins. Ich auch. Das sieht voll wunderschön aus, vor allem hier das mit den Pisten und so. Ich bin zufrieden. Okay, das war... Das war ganz in Ordnung. Okay, ich glaube, das war's. Das war jetzt einfach schon 18 Minuten und ich muss sagen, so bis zum Sport. Tschüss. Ja, okay. Ciao. Tschüss.